Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Sonntag und wir haben uns gedacht, wir packen heute mal ein paar Kartons aus. Nicht, haben uns nicht gedacht, müssen wir aber jetzt machen, weil da steht jetzt alles voll. Die haben wir gestern spontan aus Köln mitgenommen. Insgesamt waren 16 Kartons in meinem Auto, unfassbar. Ja, hätte ich nie gedacht. Und zwei kleine Tische. Mein Auto ist ein Wunder, ein Raumwunder, ich sag's euch. Ja, aber dementsprechend sieht es jetzt auch hier ein bisschen wüst aus und müssen jetzt ein bisschen schleppen. Ich hab schon mal ein paar Kartons hier hochgebracht. Zeig euch mal gerade, wie es hier aussieht. Also, nicht wundern, die nächsten Videos werden sehr wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Also, thematisch hat es einen Sinn, aber ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, da liegt meine H&M-Bestellung. Da liegt noch mein Koffer. Hier sind noch Sachen, die in den Schrank kommen. Falls ihr mein erstes Video gesehen habt, da habe ich meinen Kleiderschrank eingeräumt und die Sachen fehlten noch. Hier ist noch ein Karton von Sascha. Und hier sieht es so aus. Und das, was da drin ist, kommt jetzt nach ganz oben. Ja. Ist klar. Was machst du? Du gehst dreimal und du gehst einmal. Ja, und du fällst dann die Treppe runter und dann fahren wir dich ins Krankenhaus oder wie? Bitte noch. Hä? Bitte noch. Aha. Vorsicht. Eieiei. So, wir sind jetzt hier oben. Unterm Dach haben wir euch noch gar nicht gezeigt. Hier steht ein provisorisches Büro für Sascha. Und wir lagern jetzt erstmal die Kartons hier. Und hier ist ein Möbelstück drin, was hier oben ist. Und da soll der Schrank hin, ne? Ja, der Schrank. Der Schuhschrank. Hier sieht es auch noch wüst aus. Hier steht unser Trockner und Müll und wir müssen noch die Fliesen hier rausschlagen. Hier oben ist noch jede Menge Arbeit, ich sag's euch. Aber wenn das hier fertig ist, ist das hier ein absolutes Paradies, ich sag's euch. Nichts. Fleisch holen wir mal runter. Ja, ich hab mir mal. Schönes. Wadies. Schön hast du das gemacht. Ja. Bist du verrückt? Danke. Danke. Das sind 1,35 und die Schränke zusammen sind alle 1,40, aber ist ja nicht schlimm. Ein weniger. Das sind alle, nee Quatsch, das sind 1,60. Das sind alle 40. Das passen drei Stück hier hin. Ein bisschen Freilust. Was müsst ihr machen? Was ist hier? Und dann eine Platte nehmen, ne? Und die dann bis dahin machen oder die gibt es da und die vor Kopf setzen. Kann man da zwar nichts schweres draufstellen und man kann die ja mit Flachverbindern verbinden oder man macht die dann so die Platte, weißt du, überengt, dass die dann auch wirklich stabil ist, dann kann man das auch draufstellen. Ja. Dann hätten wir 1,2,3, 7 Schränke für Akten und so. Klimaanlage unterm Dachart. Und 1030 Grad nicht. Schön. Nichts. 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 so wir sind wieder in köln und ich mache mich jetzt an diesen schrank hier so habe schon ein bisschen was rausgesucht das hat mir gerade untergefallen hallo katastrophenschrank hier fliegt auch die hälfte raus habe ich schon mal erwähnt dass dieser mann nicht fertig macht darauf ich werde bekloppt hier bekloppt wollen wir das nicht einfach da mal ab ich helf dir nicht schatz leute leute nein nein wir hatten noch viel Spaß gemacht ich gehe körperlich aus was ist mit den haaren da los ja hier macht man hier sitzt so schlimm aus so 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 schlimm das ist nix das nix für mich nein so ein chaos ist nix für mich ich kann das nicht morgen wenigstens ein bisschen aufräumen katastrophe katastrophe so nächster tag und kleiner zwischenstand wie es jetzt hier drin aussah sieht ihr wisst ja wie es da drinnen immer aussah dass da oben kommen natürlich alles mit die lebensmittel kommen mit das hier sind meine nagelsachen das kommt mit hier die putzsachen bleiben erst mal hier weil ich damit aufräume guck mal hier ist ein foto von mir das bin ich da war ich circa zwei jahre alt hier unten drehe das um da ist ein Vatertagsgeschenk für sascha drin hier sind auch noch mal in liner das sind tatsächlich meine von früher noch richtig krass hier ist auch noch so ein bisschen zeug was man braucht also jetzt steckdose brauche ich nicht aber es wird mitgenommen der staubsauger also das ist das ganze zubehör von einem staubsauger den habe ich übrig den bekommt meine schwiegermutter hier unten ist nur ein pömpel und so ein bisschen vakuumfolien also vakuumbeutel die brauche ich und hier drin ist eine vibrationsplatte die kommt auch mit und hier sind einfach nur taschen das heißt alles das was hier drin ist kommt eins zu eins mit mit so ich habe mal gerade was gegessen sieht man auch muss gleich das mal direkt waschen und bin jetzt hier in der küche Katastrophe sag ich euch wenn jetzt hier die Schränke machen Entschuldigung wenn jetzt hier die Schränke machen hab ich auch schon hier alles weg zeig euch auch gleich wo die Sachen hin sind und hier ist so gut wie alles raus ich muss noch Papier haben also Zeitungspapier um die Gläser und so ein Kram alles einzupacken und jetzt bin ich hier noch am ausmisten wie gesagt gleich kommt ein Bekannter der ist umgezogen und er braucht ganz viele Dinge und ich hoffe er kann ganz viel von den Sachen gebrauchen die ich auch nicht aussortiert habe und ja muss ich mitschleppen so das ist jetzt alles was ich aussortiert habe was nicht mehr mitkommen soll inklusive Kaffee ja ich bin mal gespannt und das hier ist das was mit kommen wird vorerst ne also da ich glaube die zwei sind sogar noch leer die unteren Kartons muss ich gerade mal gucken hier kommt die gelande von ach diese Lichterkette ja mein Balkon sieht auch fürchterlich aus das kommt auch alles auf den Sperrmüll so gut wie die Klamotten kommen in die Kleiderspende ja diese Lichterkette die kommt mit die kommt nämlich unter die Überdachung im Garten und guck mal was ich gefunden habe im Keller Leute ich dachte ich sehe eben nicht richtig ne ich suche seit ungelogen vier Monaten diese Wäschekörbe und ich dachte die ist im Haus die sind im Haus nein die waren hier bei mir im Keller fragt nicht warum ich weiß es nämlich selber nicht ja 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 aha you know even try to nobody can match you don't you don't you for life sexy mind and body you already got me now so ein kleines Update ich zeig euch jetzt mal so wie das hier aussieht das interessiert euch bestimmt da ist alles weg das muss noch wie gesagt im Papier dann ist hier alles leer hier ist auch alles leer hier ist alles leer und hier ist auch alles leer hier ist fast alles leer der hier ist leer der und hier sind noch so ein paar Lebensmittel drin das kommt natürlich mit wir versuchen die ganze Zeit schon alles aufzubrauchen aber es gestaltet sich doch etwas schwieriger als es tatsächlich ist Spülschrank ist natürlich noch voll aber das brauche ich auch alles noch hier ist noch voll hier auch ja aber es wird immer weniger hier sieht es so aus aktuell hab die Bilder schon abgehangen die kommen natürlich mit die kommen auch mit die muss ich auch noch abhängen das sieht voll schief aus das ist ja das alles was mitkommt ich habe gerade draußen die Lichterkette abgemacht das ist das was alles weg kann ich bin mal gespannt wie viel gleich noch davon übrig ist Bilder werde ich jetzt noch abhängen und ich wollte eigentlich den Flusschrank abbauen also den hier auch runter holen und schon mal ins Wohnzimmer stellen hier ist noch die Kiste mit den Sachen aus dem Schrank hier und der hier ist auch relativ leer würde ich sagen also ist nicht mehr so viel drin ich bin sehr sehr happy ja morgen geht es dann ans Badezimmer und ans Kinderzimmer deswegen hier an der Stelle tschüss wir sehen uns morgen ich bin verrot ich werde jetzt noch eine Waschmaschine anschmeißen Sascha hat gestern da unseren Plan dran gepinnt was noch alles gemacht werden muss und was wir noch alles organisieren müssen ich muss morgen unbedingt noch blaue Säcke kaufen also Müllbeutel ich habe nämlich gar keine mehr ja und dann geht es hier bald weiter ich weiß nicht wie weit ich jetzt hier schon gefilmt habe wie viel ich werde das jetzt mal schneiden und wenn es genug ist sage ich hier mal tschüss ansonsten geht es nachher weiter für euch aber es kommt auf jeden Fall zweimal die Woche ein Umzugsvideo versprochen und ich sage mal tschüss oder bis später weil es noch als es fica hat das ist hö passt